Der Fragensteller Jawolowicz fragt, was mögt ihr am liebsten auf eurer Pommes Fritz? Ketchup hat 17 Stimmen, Mayonnaise hat 16 Stimmen, Vanillesoße hat 7 Stimmen, gar nichts hat 6 Stimmen, Rot-Weiß hat 5 Stimmen, Senf hat 4 Stimmen, Süß-Sauer-Soße hat 3 Stimmen. Laktose antwortet mit Senf. Jawolowicz. Endlich mal ein User nach mein Geschmack, wenn der Fragen ernst gemeinst ist. Hilfreichsten Antwort, oder? Trolle findet, hi, du bist super. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.